guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen wochenendvlog mein und ich sind auf der couch ich habe angefangen video zu schneiden und zwar schon jemand da wegen unserem wasserhahn der hat immer ganz komische geräusche gemacht und da hat nicht so gut also war nicht so also es hat irgendwie das alles nicht geklappt naja auf jeden fall funktioniert er jetzt ich freue mich schon vor aufs breitern denn da fahre ich jetzt gleich mit katrin hin ich bin nämlich nicht sonderlich braun und da auch nicht dann haben wir gleich den vergleich mit nachher ich glaube ich dusche mich noch mal kurz ab weil ich habe gestern ein peeling gemacht das war ölhaltig und man soll halt davor peeling machen aber sich auf jeden fall nicht ein creme und nichts ölhaltiges und so damit die farbe auch gut hält und deswegen dusche ich mir jetzt noch kurz ab und dann fahre ich schon los so ich habe jetzt ein komplett schwarzes outfit an denn nach der behandlung färbt das meistens ab und janik hat uns da vorgewarnt wir sollen doch bitte was schwarzes anziehen und das habe ich jetzt getan einfach so eine jogginghose von zara und das oberteil habe ich mir mal bei pull and bear gekauft katrin ist übrigens bei mir im auto aber ungeschminkte wahrheit schwarze sachen an und wir haben beim bäcker kurz was geholt und gegessen jetzt wäre mal braun jetzt werden wir braun kurzurlaub ohne sonne nicht verstehen können wir sind auf dem kurzurlaub zurück schaut mal wie braun jetzt im licht sieht man es nicht so ja sie hat bei mir ein bisschen dunklere bräune gemacht weil ich schon dunkler ein bisschen war als kathrin ja bei mir ich bin auch zufrieden ja voll sieht eigentlich voll gleichmäßig aus ja aber wir haben uns ganz ausgezogen weil er sagt sie noch so das bein das war schon komisch aber ist ja auch eine frau also ist ja unangenehm aber ich kenne eigentlich aber wie ihr sehen könnt wir waren in spanien barcelona am strand die zähne strahlen jetzt wohl weiß ja für die fashion week was man das alles macht für die schönheit für nächste woche kathrin geht das erste mal übrigens auf die fashion week ja ich freue mich schon voll jetzt können wir was weißes anziehen und sieht gut aus stimmt davor sah das immer so eintönig aus und ende vom juli gehen wir zusammen nach italien da können uns wirklich bräunen ja aber das hält ja nicht so lange also soll höchstens zehn tage 25 euro hat es gekostet man gönnt sich ja sonst nicht und jetzt gehe ich heim ich habe um 12.30 einen termin und mit meiner muss ich jetzt noch viel für kassi gehen so wir sind jetzt beim aldi kathrin und ich warte ich hole einen wagen heute mittag kommt ein fußballfreund damaligen fußballfreund von dennis vorbei wir haben einen kleinen sohn und seine freundin also seine frau mit dem waren wir sogar schon mal im urlaub vor ein paar jahre auf jeden fall grillen wir zusammen das brauche ich jetzt ein und kathrin was kochst du heute mittag? ich weiß es auch nicht. sie weiß es noch nicht. mir fällt nichts mehr ein. wir haben uns selbst kein kein rezept mehr ein ja Und Maile chillt neben mir und ich beeile mich jetzt, denn dann kann ich auch die Bude ein bisschen auf Vordermann bringen und die Sachen vorbereiten fürs Grillen und Maile beschäftigt sich selber irgendwie. Maile, komm mal hierher. Komm, ich möchte dich meine Zuschauer zeigen. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Zeig dich mal. Halt, bleib hier. Hallo Schlawiner. Hallo Schlawiner, ey. Bist du so ein Lieber? Ja. Bist du so ein Lieber? Ja. Bist du so lieb, Leute? Mein ein und alles. Bist mein ein und alles Maile? Bist du mein ein und alles? Wir wollen übrigens dieses Jahr mit Maile in Urlaub fahren. Habe ich euch, glaube ich, schon erzählt oder auch nicht. Wir wollen dieses Jahr mit Maile in Urlaub und krass, ey, ich bin so braun. Wir wollen dieses Jahr mit Maile in Urlaub fahren und zwar nach Dänemark und wir freuen uns da schon voll drauf. Der erste Urlaub mit Maile zusammen. Wird bestimmt richtig schön. Ich bin mal wieder am Bett überziehen. Der Stuhl sieht übrigens immer noch gleich aus und das habe ich hier gestern liegen lassen. Auf jeden Fall habe ich da gestern rausgesaugt und dann lasse ich das manchmal einfach so stehen. Ich verstehe mich manchmal nicht. Auf jeden Fall überziehe ich kurz das Bett neu, außer das Bett lagen. Das ist noch gut. Und ja, Maile liegt ja immer auf unserer Decke, deswegen müssen wir das immer öfters wechseln. So meine Freunde, unsere Freunde sind jetzt weg. Die waren von 16 Uhr bis jetzt da und jetzt haben wir halb zwölf. Und der Maile, der hat die ganze Zeit schön war es, wollte ich sagen. Waren wir jetzt hier ruhen? Ich habe mich jetzt was draußen gestochen. Ich saß nämlich die ganze Zeit draußen. Ich bin viel Weihnachtstum. Und meine Sommersprossen sind immer noch braun. Dennis hat ja ganz gesichtvolle Sommersprossen. Zieht man die hier, oder? Wow. Als ob man die nicht zieht, Schatz. Was habe ich hier? Meißwert. Mann, Leute. Ich muss selber lachen. Guckt mich mal an. Anscheinend ist das von der Nessel so. Es ist übrigens der zweite Tag, aber ich bin sowas von angeschwollen, dass ich mich selber nicht erkenne. Botox-Panye. Jedes Wochenende spürt mir was anderes, oder? Guck mal, wie dick die ist. Guck mal, meine Augen. Wenn ich so gucke, das sehe ich hier gar nicht drüber. Das ist alles angeschwollen. Ich habe schon vergessen, meine Tablette zu nehmen. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Deswegen habe ich auch noch das gleiche T-Shirt an. Ich habe die ab morgen um sechs genommen. Und es dauert es wahrscheinlich, bis es weg geht. Meine Bräune ist übrigens noch da. Oh, das ist mein Gesicht, ey. Okay, ich höre jetzt auf meine Lippen da an die Kamera zu. Ich kann halt mal lachen. Das ist so komisch. Und meine Haut sieht so glücklich. Ich glaube, ich muss duschen. Ich muss auf jeden Fall einmal duschen. Und vielleicht wasche ich mein Gesicht mal kalt. Aber ich dusche allgemein mal kalt. Man darf nämlich auch mit Nesselsucht nicht warm duschen. Das ist ja krass. Das ist krass, Leute. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall schminke ich mich jetzt, weil ich möchte gerne ins Gartencenter, denn ich möchte heute meinen Balkon schön machen. Und nehme euch heute dabei mit. Und deswegen ist jetzt so mein Gesicht und die Nesselsucht heute nicht mehr so ein großes Thema. Es tut mir auch leid, dass es in jedem Vlog irgendwie Thema ist. Aber irgendwie seht ihr ja jedes Wochenende ist irgendwas anderes. Und ja. Aber heute lassen wir mal das Thema. Und ihr wisst ja mittlerweile, was es ist. Und ich hoffe, es stimmt auch, dass es das ist und nicht was anderes. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und ja. Meine Freunde, ich habe geduscht, ist immer noch da, wie ihr sehen könnt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie lange das hält. Ich liebe Maxi King, Leute. Ich bin immer noch hier beim Garten in Pforzheim. Und schaut mal meinen Wagen an. Ich zeige den euch mal. Die habe ich alle für unsere Blumenkästen. So ein bisschen weiß, rosa. Dann habe ich diese Hortensie. Die sieht so schön aus. Ein bisschen Farbtupfer von unserem Balkon. Die Fackeln. Die wollte Dennis unbedingt. Der musste übrigens vorbeikommen, weil ich meinen Gelbe Urtel vergessen habe. Der Arme muss extra hier hochfahren. Aber jetzt ist er zu seinen Eltern, die besuchen. Leute, hier bin ich im Paradies. Ich liebe Kakteen. Allerdings. Guckt mal, der kostet 150 Euro. Krasser Scheiß, gell? Das ist übrigens jetzt mein Wagen. Ich habe mich doch für weiße Hortensien entschieden. Dann für Rosen. Und die kommen alle in die Balkontöpfe. Also Leute, ich bin endlich zu Hause. Und ich dachte euch, ich dachte euch, ich zeige euch mal kurz unser Balkon aktuell. Natürlich, die sagen, sich alle die Luft rauslassen. Und so sehen die Kübel aus. Also da ist nirgends eine Pflanzedirne. Da haben wir nochmal einen. Und ich habe jetzt übrigens einen Sonnenschirm gekauft. Und Blumen. So Töpfe. Und dann so Rosen. Da braucht man ganz großen Töpfe. Normalerweise sind die für draußen. Hortensien und dann ganz viele andere Blumen, wie ihr sehen könnt. Das fand ich auch ganz süß. So Gräuler Kästchen. So Leute. Es hat 32 Grad. Und ich gehe jetzt einfach meine Pflanzen mit meinem Pflanzenbadeerzug. Das nennt mich verrückt, aber es ist einfach zu heiß. Und auf dem Balkon, wir haben ja jetzt noch nicht den Sonnenschirm. Prallt die Sonne komplett drauf. Und ich dachte mir jetzt so, nee, ich ziehe ein Bikini an. Und die Nachbarn erklären mir bestimmt als verrückt. Oh, egal. Oh Gott, es ist so heiß. Oh Gott, ich glaube nicht, wie heiß es ist. Vor allem unsere Nachbarn nebenan. Die ziehen heute ein. Und sehen dann so eine Verrückte auf dem Balkon. Ich denke, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, oder? Naja. Auf jeden Fall bin ich zu Hause und kann ja machen, was ich will. Und ich liebe übrigens diesen Zweiteiler. Den habe ich von Asos, aber ich glaube, der ist nicht mehr aktuell. Das ist echt schön. Vor allem auch mit diesen Schnürchen hier. Das mag ich total gerne. Es ist da. Und er hat uns Döner und Jufka mitgebracht. Milo und Dennis. Hallo. Stand jetzt. Jetzt habe ich zwei Kübel bepflanzt. Und so sieht es hier aus. Noch einen. Und das hatte ich eigentlich als Kräuterkäste gekauft. Aber ich glaube, jetzt mache ich einfach da noch zwei rein, weil ich habe zu viele gekauft. Genau. Yummy. Und dann habe ich auch Peperoni drin. Danke, Schatz. Das mitbringen. Sternen-Döner ist übrigens, finden wir der beste Döner. Oder beziehungsweise Dennis findet es, das ist der beste. Und du nicht? Ich finde auch, dass das sehr gut ist. Schau, ich esse auch andere. Ja, aber das ist der beste. Ich esse auch andere, aber das stimmt nicht. Okay, seine Meinung. Also meine Freunde, da muss ich noch Luft rauslassen und der kommt dann in den Keller, der alte Sonnenschirm. Und schaut mal, wie schön das schon aussieht. Und zwar habe ich hier Basilikum drinne, Kräuter. Dann habe ich hier einmal meinen hängenden Blumen, Balkonblumen-Dingsbums. Das hier ist unser Lavendel, leider vertrocknet, aber ich glaube, der kommt wieder. Da habe ich diesen Korb dazu gekauft, der hat 10 Euro gekostet. Dann ist hier unser Napoleon-Grill. Da kommt übrigens was Neues hin. Und zwar so ein richtig cooler weißer Wagen auf Rädern. Dann habe ich für die Rose noch keinen Untertopf. Da muss man einen ganz tiefen Untertopf holen, weil die sind eigentlich für den Garten. und deren Wurzeln wachsen nach unten. Deswegen muss man da was ganz Tiefes holen. Und die sind so wunderschön. Vor allem, dass dann so ein Rang-Dingsbums dran ist. Dann haben wir hier nochmal einen Balkonkübel. Jetzt habe ich es, Balkonkübel. Hier haben wir eine Fackel. Ja, und dann ist hier meine Hortensie. Ich hoffe, der geht sich gut. Ich drehe die mal ein bisschen. So. Schatzi, meine Hortensie sieht irgendwie schlecht aus. Ich weiß es nicht. Die hängt ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich hier auch so einen Korb. Ne, da hinten habe ich nochmal einen Lavendel. Der ist uns, sie sind uns beide leider verbrannt. Aber ja, wie gesagt, das kriegen wir hin. Schatzi, wie heißen die? Das sind die, Bartnelken oder Nelken. Nelken, hier habe ich Nelken. Zwei Stück. Und dann habe ich hier nochmal so einen Balkonkübel. Und da sind auch Nelken drin. Und was ist das da, Schatzi? Wie die heißen? Dennis weiß natürlich heißen. Normalerweise kennt er alle. Ja. Wie findet ihr es? Könnt ihr es mal mir schreiben? Wir machen die mal einen Schatten. Ich glaube, die sieht ein bisschen aus, als würde sie hängen. Ja, das ist so, wenn die in der prallen Sonne steht. Oh nein. Ja, ich habe sie gegossen. Der Dennis bleibt jetzt so sitzen. Und zwar ist das jetzt hier unser Schirm. Man hätte noch einen größeren holen können. Soll ich jetzt einmal den umtauschen? Ja, ich bin gut. Ja, das ist so ein ganz normaler Schirm. Hat aber allerdings 90 Euro gekostet. Schatzi, du musst das Teil holen. Das sind 25 Kilo. Tschüss, Mäilo. Mama liebt dich. Sie gehen jetzt zu Oma und Opa. Wir sind nämlich knapp dran. Wir haben noch zu Hause vergessen. Sind wir noch mal zurück. Die Karte für Annas Mom habe ich zu Hause liegen gelassen. Und jetzt ist es schon 10 nach 6. Und um 6 fängt es an. Also Leute, ich möchte mal kurz hier festhalten, dass wir vor Anna und Kat da waren. Ja, ja, weil es uns immer angerechnet wird, dass wir immer zu spät sind. Nee, nee, nee. Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Independence Day-Freiheit im deutsch-philisienischen Verein. Ich bin es, eure Katharina Damm. Ich führe Sie durch diesen heutigen Abend. Und ja, bedanke mich für alle, die zahlreich erschienen sind. Und jetzt würde ich sagen, singen wir erst mal die Nationalhymne und bitte euch, dafür aufzustehen. Ich bin es, meine Damen und Herren, ich bin es, meine Damen und Herren. Ich bin es, meine Damen und Herren. Ich bin es, meine Damen und Herren, ich bin es, meine Damen und Herren. Ich bin es, meine Damen und Herren. Tu nicht so als hättest du es im Vorderen probiert. Ein süßes Pärchen erwischt. Also wir sind wieder zu Hause, wir haben Milo bei Deines Eltern abgeholt und jetzt werde ich mich bettfertig machen. Übrigens war das hier mit meinem Outfit, ich zeige es euch mal. Habe ich es schon gezeigt, es war so ein einfaches Wickelkleid, ganz schlicht. So, ich habe jetzt auch noch meine Tablette gegen die Nesselsucht genommen und hoffe, dass ich morgen nicht so angeschwollen bin. Übrigens war es ja heute so heiß, deswegen haben wir das Fenster heute Nacht offen. Wir haben das Fenster eigentlich immer auf Kipp, aber wenn man die Jalousie unten hat, kommt halt nicht so viel Luft rein. Und jetzt schlafe ich im frischbezogenen Bett und hoffe, dass meine Farbe nicht abfärbt, aber ich glaube nicht. Und ich bin so K.O., es ist schon gleich drei. Und deswegen wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Sonntag und hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann. Und ach ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meinen Balkon findet. Was sollt ihr euch jetzt erreichen? Also bitte hilf mich zum Health falaer und da kannst du nach Shiva? Vielen Dank.